Er ist gelangweilt. Hast du das für eine Stunde Arbeit jetzt gleich 1000 Euro zu verdienen? Cool. Sie beschert ihm die Nacht seines Lebens. Du hängst in der Sache jetzt mit drin. Wie? ORF Premiere für Marvin Krenz' Komödienet. Ich brauch mein Koks und oder mein Geld. Ich hab vielleicht eine Lösung. Du kommst da jetzt hier ein Schießen bieten. Das ist voll. Der weiße Kobold. Ich will nicht um Leben oder tun. Es geht immer um Leben und Tod. Am 3. April in ORF 1.